Um was gehts jetzt da? Du musst den Boten unter den Gegner weglassen. Ah! Unter dieser Map habe ich gewonnen, wer weiss noch. Super. Geh weg, ich will auch mal länger leben als du. Tschüss, Arsch. Da, ich habe dich noch geholt. Ich habe dich noch geholt. Was? Scheisse. Tschüss, Arsch. Ich habe dich einfach geschossen. Weisst du, das ist wieder da, wo sich der andere Double verschanzt. Ja, ich habe mich letztes Mal verschanzt. Ja, stirb, stirb. Ja. 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 Werf ihn runter. Ja. Komm in das Bier. Ein Kalender. Ein Kalender. Ein Black Kalender. Ich komme einfach ein. Dann kommt niemand mehr zu mir. Treffen sich zwei Gamer, rennt er einer fort. Ähm. Und Marco hat Angst vor Bremen. Er hat eine Nackste sein. Hätte schon auswählen können. Du musst immer schauen, dass du Blöd wegschläst. Weil sonst kannst du nicht verlieren. Und wenn du verhungerst, kannst du auch. Du musst immer wieder Blöd schlagen. Und du musst immer in Bewegung bleiben, weil solche wie Marco. wie lange lebst du schon auf den Dänern eigentlich? Wer ist? Ja. Nein, 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 nein. Vergiss es. Bitte doch. Oh Mann, wie du halt, Pimple. Gar viele spröteln. Wer? Even Jode. Mit der Schule am Anfang schon runtergewarfen. Ja, aber... Ja, du hast nicht mehr gerade viel Platz, ha? Ich muss nicht runter. Egal ob ich rede oder nicht. Uh, Marco kassiert. Er ist der Letzte im Ebenen zu sehen. Marco redet, wenn du klickst in den Halbauf. Ha! Ich versuche runterzubauen. Achtung! Er ist da, wo du warst. Schiss hoch! Schiss hoch! Ich schlaue ihn. Ich schlaue ihn für dich. Unter dir! Ah! Mann! Unter dir! Wo ist der Letzte? Ganz auf der anderen Seite. Posse! Ah ja, der ist sich da im Einbuddeln. Der ist sich da im Dreck im Einbuddeln. Schei! Das ist eine. Ist mir egal. Jetzt ist sie runtergefallen. Jetzt ist sie ganz unten. Jetzt ist sie unten am... Ich verstehe, glaube ich. Ja, der muss sterben. Jetzt ist sie gerade unter dir. Ah, jetzt hat sie, glaube ich, gesehen. Ja! Ha! Nein! Ist dir dumm! Nein! Ist dir dumm! Ist dir dumm! So blöd! Hey, du hast dritten Platz! Juhu! Ich bin jetzt gleich. Nein! Ist dir dumm! Ist dir dumm! Das ist jetzt mein Spiel. Einzelschuss. One in a Quiver. Ähm, das ist der Spiel, wer? Zürichspiel. Zürichspiel? Mein Spiel. Jeder gegen jeder. Zürcher Jagen. Ganz schön. Da hast du einen einzigen Pfeil, aber wenn du mit dem etwas triffst, ist der gerade tot und du kriegst wieder einen Pfeil. Juhu! 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 Aber wenn du ihn nicht triffst, hast du keinen Pfeil mehr und du musst mit deiner Axt schlagen. Mein Chef, Ego-Shooter. Da gibt es ja jetzt voll die Action. Das ist wie eine Samen. Hast du zu einer nachher gegangen? Samen, hör auf alle Anmachern da hinten. Mein Chef. So, ich habe zum Beispiel meinen ersten Pfeil schon verschossen. Ich habe noch nicht einer gesehen. Dummi, verdammt! Darf ich einen? Nein! Ich seckle schon lange einem nach. Nein! Ich bin so simpel! Triple Kill, der der Samen gemacht hat, hat mich getötet. Ja, ich habe JP Depp hier nachsecklen und einer mir aber auch. Ja, nein, ich habe dich gekillt. Ich habe Triple Kill gemacht. Wow! Hey! Ich habe also vier gekillt. Ich habe noch gerade keinen gekillt. Ich komme nicht nachher. Ach, Scheisse. Ich habe noch gar nicht nachher. Ich habe noch keinen gekillt. Ja! Ich könnte doch einfach schneller seklen als ich. Ja! Fuck you! Mit zweimal vor? Nein! Wie kannst du denn schon wieder? Ich bin zweimal vor. Also nicht, dass sie höher sind als ich. Nein! Nein! Oh! Das Rauschen geht mir grausam auf den Kegs. So gehe ich dann schnell wieder weg. Oh, schau! Lüder, Marco holt auf. Marco, redet etwas! Ja, was soll ich erzählen die ganze Zeit? Ja, redet halt, wie ein normaler Mensch. Das Rauschen ist so lästig. Ja, keine Ahnung, was schnurren. Ja, hauptsache du redet etwas. Ja, komm verreckt doch, du Sauhund. Ich habe nicht mehr gehört, was der Bremen vorhin gesagt hat. Ja, mit dem Schwert habe ich ihn geholt. Ja, was versteckst du da drin, Sam? Wo? Ja, im Haus drin bist du im Körper gewesen. Ja, da bin ich jetzt gleich gespannt drauf. Ja, will ich auch sagen. Sam macht einen auf den Kempel. So ein Entscheide. Ich kann mir gleich auf den Schornfiltern vorhören. Au, 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 au. Komm, hab her, du Zürcher. Ja, bist du ein Wichser, ein Dreckiger. Ich habe eh schon keine Kills. Nein? Nein. Ich bin zweitbest. Ja, schau mal. Sechster. Ja. Das andere ist besser, sie kommt die Schuhe. Okay, die Runde hat mir gefallen. Mehr nicht. Auch wenn du eine Bure hast. Das war eine Scheisse-Runde. Das war eine Bullshit-Runde. Was kommt, was kommt, was kommt? Nein, nein, nein. Nein, nein. Warum habt ihr es vor mir gesehen? Supersnake, Supersnake. Ja, wir Snakes. Hast du schon eine Weile nachher gestanden? Ja, ich meine, bei diesen Figuren Snakes gestanden. Du musst halt auf die Figuren schauen. Du musst nicht oben lesen. Ich lese immer oben. Ähm. Hm. Uraka-Lüri. Selber Schuld. Ähm, Bremen. Ja, das habe ich glaube auch schon mal so gesagt. Gut. Ganz normal. Nokia Snake. Ja, nur, dass du Schäfli bist. Und im F5-Modus ist das ganz schön. Für was sind die Federn gut? Was für Federn? Ja, die Federn, die man hat. Ich habe keine Federn. Okay, ich bin draus. Ich kann dich umlassen. Wie auch immer. Nein. Ich bin lieb und erb. Aber ich kann schon zwei umlassen. Ach. Ich schätze das Game einfach nicht. Ich schätze nicht. Ich kann mich nicht verkillen. Es ist etwa mein und ich bin gestorben. Ja. Das ist etwa mit dem Weg abschneiden. Wie der Sandruf. Oh, ich hätte jetzt vorhin knapp. Ja, aber ich habe vor ihm. Hä? Bei mir eine Zahl. Eine Mine und ich bin gestorben. Ja, ich zahle gerade. Genau gleich. Das ist unlogisch. Ja, ähm. Er hätte nicht sterben müssen. Ja. Lebt noch einer von uns? Ja, ich. Sorry Black Team. Ja. Was? Sorry Black Team. Wo Sam? Wo Sam? Geil. Wer ist ein Black Team? Nein. Ich bin rausgegangen. Los, geh rechts. Oh, du hättest mir rechts. Oh, du hättest gewonnen. Haha. Cheater. Cheater. Was? Ja, aber so deutlich. Ich bin rausgegangen. Könnt ihr nur das Lobby sagen? Ja. Sag mir einfach das Lobby. Ich komme hinein. Ich bin ultra. Ja. Oder sag mir welches Spiel. Oh nein. Nein. Ich weiss noch nicht. Gehen wir raus senden. Da ist eh Farme und so. Milder Cow. Milder Cow. Okay, wir gehen raus. Was Farme? Rausen Level 20. Äh. Was Farme? Ja wahrscheinlich ist die Kuh. Genau jetzt wo ich Ding sein werde. Na und? Nein. Du musst Party neu machen. Du musst Party neu machen. Okay. Für alle oder was? Ja. Ja. Party ist alles gelöst. Pflückt einer. Ich bin dein. In dem Fall ist ein Ding Zero. Wer fehlt noch? Ich. Wo? Ja. Der Black Sea. Ich glaube wir haben das Fahrer gar nicht aufgenommen. Nein. Wieso das? Ähm. Ich setze immer wieder Schnittpunkte zwischen denen. Ja. Und irgendwie hat es mir einmal die Tasten knapp doppelt. Also ich bin nicht sicher. Vielleicht hat es auch aufgenommen. Okay. Du solltest noch A annehmen, Bremen. Dort ein. Du hast noch 24 Sekunden. Du bist eben einmal der Einzige, Sandro. Was? Ich habe nur ein Grein eingeben. Schon? Ja. Ja ich auch. Ich habe nur noch gespeichert Black Sea. Ja so voll Idiot. Wenn es jemand den ähnlichen Namen hat. Oh nein. Auf was habt ihr Lust? Paintball? Ähm. Ja Paintball. Oh nein. Snape, Snape. Oder Bridge. Bridge könnte jemand auch. Bridge, Bridge. Nein, Bridge, Bridge. Letztes Mal aber nicht so. Viel zu lange und ist scheisse. Ich habe es eben noch nie fertig gemacht. Letztes Mal habe ich es wirklich gesponnen. Komm wir schauen noch mal, ob es dort ist, Bridge. Ja. Das ist ein scheiss Spiel. Um was geht es? Ähm. Jetzt haben wir einfach alle das gleiche Team aus, während es irgendwie so geht. Also dann gehen wir alle direkt zu grün, würde ich sagen. Grün, ja. Ich habe einfach das meinstige Glück. Ja es ist noch... Ah 2 vor 2. Da ist 4 von... Ja jetzt bin ich im grün drin. Ich auch. Nein, ich bin... Ich bin... Ich nicht. Was ist da der Unterschied zwischen Berserker und Äppel? Ähm... Ihr... Also... Ihr zwei müsst einen von denen nehmen. Ihr könnt nur die da nehmen. Ähm... Der Äppel, der kriegt Äpfel. Ja super. Und der Berg kriegt einfach eine Axt, die ganz viel Schaden macht. Super. Und dann gibt es noch einen Miner, der nehme ich wieder. Tisch. Und dann rauscht er wieder. Er redet wieder nicht. Er fackt es einfach nicht. Ja... Kann ich dort gehen schnurren? Mal. Ich kaufe dir ein neues Headset, das funktioniert. Er hat auch sein komisches Headset, das immer rauscht. Nein. Das verstärkt irgendetwas wie der Ton. Hast du das Weisse da, das du mal gekauft hast? Nein. Nein. Das ist eine Zeit. Nein, das ist eine Zeit. Ich habe das gleiche Headset mit dem, wo ich... Ähm... MW3 aufgenommen habe und das hat auch nicht geräuscht. Ey, schau dir mal, wo ich bin. Ich bin yellow. Wow. Nein. Und jetzt? Es ist genau das gleiche wie der andere Aufnahme. Und dann kann es nicht um das liegen. Wer ist alles grün? Jiii! Ja, ich auch. Und was muss man da machen? Wo sehe ich, wo ich bin? Äh, die anderen Läufchen anschauen. Ja. Ähm, du musst zuerst einmal... Wohin sehe ich das? Weil ich sehe das nicht als die anderen. Hä? Was haben die Leute für einen Namen? Ah, am Schrift. Okay. Ja. Was bist du für ein Fall? Belgen. Gelb. Wer ist alles grün? Ich bin sicher mit Marco und Sam zusammen. Ja, was muss man da machen? Kann man das irgendein Kurzcrash... Ja, du musst eigentlich so schnell wie möglich Werkzeuge aus und Rüstung bauen. Ja. Und dann? Ja, du musst jetzt nicht mehr mit dem Team klauen. Nein, das ist dann hier hinten gesetzt. Also hinten. Ich vergesse das TNT Ding machen. Was hast du denn ausgewählt? Ja, eben nicht. Sie hat TNT ausgewählt. Ja, super. Und sie ist nicht mit unserem Team. Nein? Nein. Komm, dann gehen wir da ab und sprengen. Ich habe die Higgs auch da oben gesehen. Nein, ich bin im Rot da. Da, komm da und sprengen. Da. Ja, eher die. Nein, wir sind die Einzigen bei uns im Team. Dann rüsten wir uns den Zweiten aus, Marco. Ist gut. Ja, ja. Ich bin auch bei den Grünen, du Clown. Okay, dann rüsten wir uns drei gut aus. Dann müssen wir weniger Farben. Also. Ich muss schnell eine Workbench basteln. Ist keiner von uns drei Nahrungssammler? Für Gold braucht man ein Eis. Kannst du nicht schnell Steine abbauen? Ja, ich kann. Also ich habe da fast jemanden gebraucht. Ja, wir sind. Ja, wir sind. Ja, 8. Ja, okay, gib mir mal 2 und ihm 2. Ja, ich habe 4. Ich kann nicht immer den Goldhammer, wo ich bin. Ja, super, du bist alles am Abbauen. Ich habe schon 1 Eis. Ich kann mir jetzt dann gerade Eisenspitzhack machen, weil ich ihn 5 gefunden habe. Ich habe nur 2. Ja, ich kann direkt, wenn du mich verhaftest, dann kriegst du nichts. Das heisst, wir rüsten die Samen. Ja, stimmt. Warte. Samen, gehst du mal Holz abbauen für uns? Ja. Merci. Wir schauen, dass der Eis und ein Diamantschwert hast. Ich bin ein Sniper. Hier, schau, Schatz. Ähm, ich habe die Eisenspitzhack. 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 Und ich habe noch 2 Eis. Waaah, was ist los? Wieso bin ich jetzt gestorben? Ähm, setz da mal TNT in die Ecke. Ah. Der Däner. Ja, super. Das könnte man auch vorher sagen. Oh, jetzt ist die Nerven drin. Ja, ja, egal. Hier ist Eis. Aber Eis kann ich nur mit Steinen abbauen. Ich bin tot. Ah, ganz tot? Ja. Nein. Wie geil. Bist du gerade ganz tot? Ja, seh. Was ist das für eine Scheisse? Mich hat es immer wieder belebt. Nein. Nein. Dann ist das Wohnzimmer vorbei. Dann kannst du zuschauen. Ja, super. Wir freuen uns das für dich. So dumm. Mein erster Eis. Ähm. Vor allem, dass man im Wasser Schaden kriegt. Hallo? Da machst du wieder Kamikaze. Äh. Willst du weiter sprengen, Schatz? Da machst du wieder Kamikaze? Wo? Nein. Am besten hier hinten. Da so. Hast du noch eine weisse Spitzhacke, Margo? Äh. Nein. Du kannst die anderen spionieren. Und uns sehen, was man macht. Gerade weitersprengen. Ah ja. Du kannst ghosten gehen. Erzählst du uns, wie witzig es sind? Ob sie schon die haben und alles? Ah. Weiter sprengen. Ja. Ohne Spreng, weisst du? Der hat nichts. Der hat nichts. Der hat auch noch nichts. Der eine, der eine verkrepzt sich da unten drinnen. Ja. Hellgrün. Äh. Hellblau, meine ich. Also die hellblauen. Also die hellblauen. Nearest Players. Und die anderen da hinten. Ein Haufen Rohstoff auf alle Fälle. Hast du schon diese gefunden, Margo? Nein. Die bauen Gold ab, die gelben. Ich habe anfangs zwei Eise, aber... Die gelben haben jetzt einen Ball goldrüstig. Ja, goldrüstig bringt nichts. Schau, was es gesagt ist. Ich sehe ein Riefröschchen. Ich habe zwei Eise, toll. Ja, ich habe auch zwei. Das würde ich für jedes Mal... Sprengst du weiter? Ich habe noch ein Eise gefunden, Margo. Ja, weise. Nein! Ja. Also für mich würdest du schon mal für Schuhe reichen. Liebe Nachbarkeit. Ja, ich brauche eine Spitze. Ich lebe wieder. Ich habe nichts mehr. Ja, du bist jetzt auch Ghost. Alles Eise weg. Du bist jetzt Ghost. Nein, ich lebe noch. Wo? Hast du Kompass und Sandauer? Kompass und Tröpfel. Ich kann essen und rumklicken. Ja, warum bin ich denn nicht tot? Ist das ein Sitter? Nein. Nein, das ist wegen Wasser. Wasser killt sofort. Aha. So kann es sein. Ja, ganz geil, oder? Der Bremer sagt es doch nichts. Am Schluss killt er uns auch von hinten. Ja. Ich sehe noch einen Diamanten, falls ihr einen wollt. Wo? Wer? Ja, ist ganz mal ein blöder Ort. Wo? Wo? Hier hinter dem Ofen. Zwei nach rechts. Und dann gerade hintere. Da drinnen und draussen. Ich hoffe, dass wir sind. Ah, so siehst du mich in diese Richtung. Ja, jetzt noch mal einen. Man kann es selber vergessen. Du musst schauen, dass du nicht runterkommst. Jetzt musst du hoch. Bitte, nicht runterkommst. Da hinten. Das ist das Gold. Ja. Ah ja. Hier. Wie viele sind es, Margot? Einer. Oh! Jetzt bin ich gestorben. Bist du? Ja. Ah, scheiße. Ich habe noch ein bisschen Blöcke gebaut. Ich habe ihn nicht gut gebaut. Lebst du aber wieder, Alain? Ja, ich habe es schon. Ich habe dieses Zeugs da. Aha, das ist krass. Ich habe sieben ungeschmolzene Eis und sieben ungeschmolzene Gold. Warte. Ich habe gerade einmal zwei Eis. Komm. Ja. Wer holt jetzt der Diamant? Ja, kannst du nicht machen. Ich kann keine Blöcke bauen. Aha. Jetzt kommst du nicht von oben her. Nein, kommst du auch nicht mehr scheisse. Ja. Eben leider. Jetzt suche ich halt weiter. Ich bin aussen durch. Hier. 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 Ich mache noch mal eine Formelie. Also. Hier ist auch noch so eine Diamante so weit draussen. Das ist auch schon... Ah, was ist jetzt los? Kannst du noch mal so sprengen? Vielleicht finden wir noch so Diamanten. Ähm, als Bogenschütze würde ich dir als erstes einen Helm craften. Weil sonst kannst du einen Hedgehog kassieren und bist direkt tot. Hier. Ja. Hier. Hier. Hier gibt's noch Gold. Hier ist noch Gold. Hier gibt's noch Gold. Hier ist noch Gold. Hier sehen wir noch ein bisschen Goldhelm. Hier kann ich noch mehr im Helm machen. Hier sehen wir noch hier. Wir sehen hier die Hellblauen. Hier dependencies. Sprengen! Sprengen! Für den Arthur, den baut ich dir ab. Marco, hast du gehört? Ja. Könnt ihr dir einen Goldhelm bauen? Ich brauche noch einen Eisenbahner. Ah, den brauche ich für mein Schwert. Ja, es ist rot, ja. Ah, nein, dann auch. Mol hat Diamantrüstung. Voll! Gelbe Diamantrüstung. Voll Equip. Ja, Kopf und Dings. Aus DIA. Ja. Der X-Ray, 100%ig. Ja, Cheater. Der Paddy. Cheater, Cheater. Wenn wir eigentlich voll mit in den Turm rennen, das hat's ja Ding drin. Ja, nein, ich will ehrlich gesagt kein Risiko sein. Scheiss auf deine Schwert, ich brauche einen für den Helm. Oh, jetzt bin ich ganz tot, Schatz. Nein. Okay, da. Mit wem? Ich habe noch eins gefunden. In die Luft, ja. Vom anderen? Ja, wo gibt's? Da nicht. Weil ich nicht mehr rauf gekommen bin, dann bin ich weggegangen. Hast du noch ein Eis? Äh, Goldweine. Nur ein Eis, eine. Ich baue ihn jetzt gleich ab. Dunne hat's Gold. Du Hör ab, Pussy. Wo bist du? Ich brauche ein Eis. Da hättest du ihn. Ich bin hinter dem Abbau. Wer? Der andere. Und dann habe ich fast eine komplette Rüstung. Ich habe ihn abgebaut. Ich habe ihn abgebaut. Ich habe ihn abgebaut. Niemand macht mich ein bisschen. Schatz da dran. Ja, ich stehe eher fest. Ich kann eh nichts mehr machen. Wo stehst du fest? Oh ja, da liegt die Sache auf dem Samen drin. Wo? Ich bin dann auch nicht mehr rauf gekommen. Knochen hast du gehabt? Fleisch? Irgendwie ja. Sind die gar nicht? Nein, das war nicht dein. Nein, das war nicht dein. Nein. Ich habe jetzt jetzt mal das Fleisch. Ich kann nichts mehr machen. Ich stecke einfach den Donafest. Du kannst ihn nicht bauen, heisst du nicht? 30 Sekunden. Nein. Aber es geht nicht mehr. Ja, super. Das andere steckt immer Loch fest. Dann überlegst du wenigstens. Nein, das ist, wo wir nicht angestorben. Aber wenn du am Samen herkommst. Ja. Jetzt haben wir nicht angestorben. Ich habe noch ein Rüstungsteil, Marco. Ah, das ist noch ein Rüstungsteil. Ich kann nur heil. Nur Mitte. Ja, du hast noch Gold, dann könnte ich dir noch drei Bauten oder zwei. Wieso sind sechs blaue? Nein. Ja, ja. Vier und zwei. Du hast dann auch drücken, Heiragöl. Ja, ja. Nein. Aber ich habe auch keine Rüstung mehr. Was ist denn das für ein Gelungen gewesen? Drückenbautig. Dann gehe ich dir einen Helm. Du kannst meinen haben. Was drehen wir noch? Das ist ein Dichterbruch. Wir können keine Tür drücken. Der ist wirklich schlau. Okay. Die Brücke, sie gehen zur Mitte direkt. Da haben wir keine Chance. Ich würde sagen, wir bauen direkt hier ab. Äh, bauen zu, meine ich. Ja, der kriegt jetzt alles teuer. Der ist wirklich schlau. Ja, der kriegt jetzt alles teuer. Der ist wirklich schlau. Ja, der kriegt jetzt alles teuer. Was ist jetzt in der Mitte alles drin? Keine Ahnung, ich habe immer Angst, dass ich mich zugebaut habe. Er fährt wieder heraus. Er redet wieder nicht mehr. Ja, komm jetzt. Ja, ich nervte dich einfach. Ja. Ich helfe dich alles gut.